Ein neues Video, meine Lieben, und ein Spekulationsvideo basierend auf einer Instagram-Story, die Paulina gegeben hat. Und damit stellen wir uns die Frage, ob sie in eine neue TV-Show geht nach Temptation Island VIP und ob eventuell auch ihr neuer Freund dabei ist. Und was genau passiert ist und um welche Show es sich handelt, das erfahrt ihr jetzt. Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Denn heute geht es um eine Spekulation. Und zwar, Paulina hat vor wenigen Tagen gepostet, dass sie die nächsten vier Wochen offline sein wird. Sie wird im Ausland sein und sie wird irgendwie nichts posten, was schon mal sehr untypisch ist. Also ich meine, wenn jetzt Paulina als Beispiel im Urlaub wäre, vier Wochen, was ich für sehr unrealistisch halte, dann würde sie ja was posten. Und das Gleiche hat Yassin gepostet. Yassin ist ja ganz offensichtlich mit Paulina zusammen. Und bei ihm geht es um den gleichen Zeitraum. Jetzt hätte man sich natürlich die Frage stellen können, geht vielleicht nur einer in eine TV-Show von den beiden und die andere Person ist nur eine Begleitperson? Glaube ich in dem Fall tatsächlich nicht, weil sonst könnte ja eine von beiden Personen posten. Beide haben aber gesagt, dass sie offline sein werden. Und ja, jetzt habt ihr euch natürlich gefragt, um welche TV-Show könnte es denn gehen? Und ich weiß aus ziemlich sicherer Quelle, dass jetzt die ersten Flieger schon gestartet sind für die neue Staffel von Kampf der Reality-Stars. Und wenn ihr wisst, in der vergangenen Staffel ist es ja auch so gewesen, dass ein Liebespaar dabei gewesen ist. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die beiden an der neuen Staffel, dass wir schon die dritte Staffel teilnehmen werden, weil es einfach exakt in diesen Drehzeitraum passt. Der Flieger startet in derselben Woche. Es geht um vier Wochen. Also man ist natürlich nicht fix vier Wochen dabei. Das kommt ja immer darauf an, wie lange man kommt oder wie lange man halt dabei ist. Ob man gleichzeitig einzieht, ob man ein bisschen verspätet einzieht. Und das stelle ich mir ehrlich gesagt sehr interessant vor. Ja, ich frage mich natürlich, was man sich von dieser Konstellation erhofft. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob vielleicht noch jemand anderes aus der Temptation Island VIP-Staffel dabei ist, wo man diese Geschichte so ein bisschen weiter erzählen könnte. Das weiß ich jetzt zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Aber ich habe mitbekommen, dass wohl auch andere Personen jetzt unterwegs sind. Auch für vier Wochen. Angeblich Melanie Müller. Ich gehe auch mal davon aus, dass es wenn eigentlich nur Kampf der Reality-Stars sein kann, weil ich nicht wüsste, welche Show gerade parallel gedreht wird, auch von diesem Zeitraum her. Und bei Melanie Müller ist es ja so, dass sie schon in fast jeder Show gewesen ist. Ich glaube, Ginger Costello hatte auch was gepostet, dass sie jetzt länger weg ist. Und Nina Christine. Ich weiß nicht, ihr erinnert euch noch an Nina Christine? Sie war auch schon bei Promi Big Brother. Sie ist jetzt wohl auch einige Wochen weg und dürfte dann demnach auch bei Kampf der Reality-Stars dabei sein. Ich bin sehr gespannt, ob sie die Gerüchte bewahrheiten werden. Das sind jetzt natürlich nur wenige Namen. In der Staffel sind ja in der Regel über 20 Promis. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir noch so an dieser Stelle erfahren werden. Ich hoffe natürlich, dass sie früh genug zurück sind, weil die Ausstrahlung von Temptation Island VIP läuft ja noch. Und ich bin natürlich gespannt, was beide gerade so nach dem Wiedersehen sagen werden. Also besser gesagt, interessanter ist ja, was Paulina sagt, weil wir dann ja irgendwann vermutlich erfahren werden, sind sie jetzt zusammen oder sind sie es nicht, auch wenn wir es eigentlich schon wissen. Aber sie dürfen es natürlich noch nicht sagen, weil die Sendung nicht ausgestrahlt ist. Und ich bin gespannt. Wenn ihr noch irgendwelche Namen entdeckt habt, wo ihr sagt, ey Ramon, die haben auch gerade gesagt, dass sie vier Wochen weg sind, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt es mir gerne bei Instagram. Ich freue mich mega drauf. Bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Freut ihr euch auf die neue Staffel? Freut ihr euch vor allem auch auf die angebliche Konstellation mit Paulina und Yassin? Lasst es mich wissen. Das war es an dieser Stelle. Ein kurzes Update-Video. Und ich verabschiede mich für den Moment und sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.